Hallo Leute aus 740 grüßt euch so mal wieder ein neues system am start diesmal ein intel gerät und ich stelle euch mal wie immer mal die ganzen komponenten vor und ja ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder ja komm grafikkarte zuerst um gut ist das ist eine rx 580 ein bisschen was zum lesen garantie ne quicksack guide ok und halt treiber cd wie gesagt seht ihr ja schon rx 580 und ich mach mal das licht hier an ein bisschen besser sehen was haben wir denn da schönes dvi hdmi 2.1 b und 3 mal displayport so wie das alles schaut genau genau das müsste einmal 8 pin sein genau ich gehe mal davon aus ich glaube das hier fanstop und gigabyte das ist beleuchtet ganz normaler pci 3.0 16 fach anschluss backplate plastik genau schickes teil ist ein bisschen größer als die 560 die ich jetzt noch hier habe also gut ja nur 2 gigabyte und die hat natürlich 8 kann man irgendwo kommen ja hier steht sogar rgb hier also hat die rgb das und das vielleicht auch nur die gigabyte schriftzug das weiß ich jetzt gerade nicht ja genau 8 gigabyte so ich stecke gleich einfach mal auf auf den bodden sonst lege ich glaube ich nehme hier nachher keinen platz mehr so das ist jetzt irgendwie rgb maschine na guck schon jetzt ist jetzt hier das board z390 aorus ultra könnt ihr das auch schon sehen es liegt auf dem kopf sehe ich gerade ja ihr könnt hier um den 28 gigabyte verbauen ich lasse das einfach mal drin jetzt 3x m2 16 8 4 war das glaube ich oder ja genau 12 20er ist verbaut hier verbauen werden wir den 8700k der kostet immer noch so um die 350 oder 250 blende ich euch ein ich weiß es gerade nicht ja so sieht das ding aus ohne kühler wird er geliefert kühler ist ein gutes stichpunkt wird jetzt hier der master r m a 410 m wie gesagt rgb dann habe ich aber ein separates video zu gemacht da sind hier ist beleuchtet die läuft da selber werden von von dem in der seite hier kann man kaum sehen da sind die streif liegen nämlich da hinten drin weil die lüfter selber haben kein rgb und dann gibt es dann hier so ein 3d effekt wenn man da rein guckt wie gesagt ich habe dann separat ein video zu gemacht das gut 160 mm hoch recht massiv ich weiß gerne weil der abführen soll jetzt mal gerade gucken also wie gesagt 158,5 mm hoch 60 tief und 116 breit 6 bis 1800 umdrehungen pro minute haben die lüfter können die pvm haben die aber hier steht jetzt leider nichts dabei für alle gängigen sockel ist er geeignet ist gut das ist jetzt natürlich 1150er ne also egal ist ja wurscht so ihr könnt ja bestimmt auch so ein erahnen hier das ist jetzt ich weiß gar nicht warum wir jetzt ein kabelmanagement in dem case werde ich euch gleich vorstellen werde ist das eigentlich blödsinnig da habt ihr sogar fünf jahr garantie ist jetzt ein bronzer netz sein mit aktiver pfc da solltet ihr immer darauf achten bei dem report muss ich euch kurz zeigen ist bei der cpu jetzt eigentlich nicht möglich habt ihr noch ein 4 pin zusätzlich 8 und 4 pin und das netzer bietet nur den 8 pin ich habe aber einen adapter den kann ich euch mal kurz zeigen ist ein 2 volt hier über sarte angeschlossen und dann halt hier auf ein weißes hässliches ding das ding ist bunt aber gut solange es einen zweck erfüllt normalerweise braucht man das eigentlich nicht aber ich werde es trotzdem anschließen die kosten noch ein paar euro ja wo ist der ram hier das sind jetzt die von gskill die ripshaw 5 DDR4 klar das sind jetzt 3200er 2 x 8 gig werden hier verbaut ihr könnt wie gesagt 128 gigabyte verbauen auf dem brett und ich weiß jetzt gar nicht der speicherkontroller wie schnell der das kann aber auf jeden fall vielleicht kann man ja auch noch so laufen lassen über xmp ähm grafikkarte und so haben wir alles ja das ist wie gesagt eine kurze vorstellung gewesen sehr sehr kurz merke ich gerade oh was ist denn hier passiert die kabel gefressen ähm ja wie gesagt 8700k gut ist ein bisschen älter der ist ja letztes jahr oder was ist das oder noch länger ich weiß es schon gar nicht mehr und ja dann werde ich gleich noch das board ach das board sag ich sammel dich gleich noch kurz das case vorstellen und ja bis gleich dann räume ich hier gerade mal ein bisschen auf damit wir ein bisschen platz haben so hier haben wir das case das ist jetzt ein intertec s3901 genau impuls so ich habe jetzt vorab äh schon umgebaut weil hier ist normalerweise ein 120er äh ergebüllüfter drin also im lieferanfang mit drin ist den habe ich aber jetzt oben rein gepackt hier ist jetzt ein nzxt 140er in weiß vorne sind zwei ähm ähm povix 2 habe ich da verbaut 240er und ganz unten ganz richtig zu und ganz unten ist ein cooler master glaub ich ein 120er falls der besitzer der neue also derjenige für den ich die maschine bauen darf ähm sich entscheidet irgendwann eine hdd zu verbauen dann braucht es sich da um Hitzeprobleme keine Gedanke zu machen ja äh Tempus Place ATX Micro ATX und ähm Mini ATX wird natürlich ein bisschen merkwürdig aussehen aber gut wer es mag so ihr könnt direkt C2 SSD verbauen SSDs verbauen aber ich werde euch mal die Innereien zeigen ähm das Innere besser kann ich habe zwar ein separates Video dazu gemacht aber trotzdem nicht jeder guckt meine Videos komplett ne klar und äh ja lasst mal ein Abo da jetzt in der Zeit wo ich am schrauben bin so wir müssen natürlich jetzt vorsichtig sein die Scheibe da raus zu holen so kann man ein bisschen besser sehen wie gesagt vorne zweimal 140 einmal 120 einmal 140 einmal 120 einmal 120 kann man besser sehen hier da ist der Lüfter der normalerweise hinten verbaut ist Staubfilter Gummifüß Gummifüß ähm Netzteil ist auch entkoppelt weiß nicht ob man das sehen kann so Streifen hier so ungefähr so lang auf beiden Seiten 7 Slots alle geschraubt sehr schön Case kostet um die 70 Euro und was ein Gimmick ist wie gesagt RGB hier oben noch zwei Streifen und hier vorne hier vorne noch ähm die könnt ihr entweder hier steuern wenn ihr jetzt keinen RGB Anschluss hättet ist allerdings alles aggressierbar da braucht ihr halt so einen 3 Pin Stecker für das Board ansonsten könnt ihr halt hier steuern jetzt habt ihr hier noch eine ähm na sag schnell eine äh äh Lüfter Steuerung da werde ich jetzt den oberen den RGB Lüfter und den 120er vorne werde ich dann hier kann man hier steuern entweder oder da schnell ich kann ja kaum sehen also hier H High und in der Mitte ist nichts und ganz unten ist natürlich dann Low Low reicht damit da ein bisschen Luft raus geht und gut ist ähm ihr könnt bis zu 175mm CPU Kühler verbauen vorne ist ein Radio oben ist ein Radio möglich 240er und vorne 320er oder 280 nehme ich an da bin ich mir wesentlich sicher da müssen wir gerade in die Beschreibung gucken da ist eine Beschreibung ne kann man kaum mal lesen kleines die 100 3 x 120 oder 2 x 140 vorne auf die schnelle finde ich jetzt leider nix aber ist zumindest noch in deutsch ja auch wenn man kaum lesen kann aber die winzig ist die schrift ssds könnt ihr hier verbauen eine werde ich verbauen die 480 wie gesagt von kingston atx mit gratis und itx habe ich aber schon erwähnt egal ja grafikkarten bis zu 375 mm also praktisch alle seine bauten gerade eine ungefähr hier ist aber dann habt ihr bestimmt immer noch so 320 meine aktuelle meiner vega ist ja 305 lang also würde die auch locker hier reinpassen ja noch zwei wenn es hier also habt ihr nicht mikro und mikrofon und kopfhörer zweimal 30 und 2 x 20 usb anschluss wie gesagt 70 euro kostet um die 40 ich habe jetzt 65 bezahlt sprich ich habe jetzt für ihn bestellt von daher und ja schickes teil ich finde das richtig nice wie man so schön sagt ist auch schon neudeutsch ok leute dann sind wir soweit durch wir sehen uns beim einbau lassen abo da nice 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 like boah ich glaube ich muss mal was essen pizza oder so ich hab jetzt bock auf pizza ok ich würde sagen dann bin ich wieder raus man sehen uns im letzten video nächsten beim letzten video auch egal irgendeinen sucht euch so aus ich bin raus euer 47er ciao ciao